BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB aloha meine lieben und willkommen zu einer neuen folge von tom clancy's division mit so wir sind jetzt wieder in der grand central station mission die letztes mal wunderbar funktioniert hat und wo ich einfach in diesen computerraum gelaufen bin und nix gecheckt habe dass die gegner sind beim letzten mal das war wunderbar aber ist noch alles gut gibt es möglichkeiten aus dem tunnel vermutlich von der exkursion ausgeschaltet das Ist er tot? Ja, ist er tot. Okay. Der ist auch tot. Der auch. Wenn der zwischendurch crunchen hört, dann hab ich mir einen Chip im Mund gesteckt. Dann ist Queenie am Chips essen. Es tut mir wirklich leid. Genauso wie ich. Wir sind heute in Chips-Laune. Genau. Wir zwei. Genau. Schalte automatische Geschütze aus. Geschafft. Die Geschütze sind erledigt. Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu. Wir müssen hier rum. Genau. Machen Sie den Sack zu. Jetzt sofort. Machen Sack zu. Empfange Funkmeldung. Grand Central unter schweren Beschuss. Die Geschütze sind ausgeschaltet. Wir sind in der Unterzahl. Ja, ja. Wir kommen ja. Wir kommen. 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 Müssen wir da hoch. Müssen wir hier hoch. Ja, hier. Müssen wir da hoch, ne? Wow. Yes. Ja, genau das war das, wo wir gestorben sind. Jawohl. Ich weiß überhaupt nicht, wo man sich hier hin... Ah, doch. Ich habe eine Idee, wo ich... Oh, what the fuck. What the fuck, 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 what the fuck. Jetzt habe ich hier gerade einen JTF-Unterbeschuss genommen. Das war in Versehen, mein Buddy. I'm sorry about this. Okay. No. Okay, der Lillianne ist weg. Der ist auch weg. Hier ist keiner mehr, weil meine Suche mir zurückkommt. Nice. Okay, wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall... Hier hoch, ne? Genau, da hoch, aber auch weiter da hinten hin. Da ist noch was Grünes für mich. Ah, guck mal. Ihr klein Wichser, ey. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Oh, jetzt kommen zwei Lillianne. Drei. Okay, der Lillianne ist hinüber. Ja, hier ist noch einer. Ja, genau. Der ist auch hinüber. Perfekt. Perfekt. Na, das klappt doch schon besser als beim letzten Mal. Ja, also mit den Waffen, mit den neuen Wesen. Ja, ich habe halt eine super Sniper, weil meine Primärwaffe ist halt noch nicht so geil. Da hinten sind noch mehr. Ja. Die ist doch. Weitere vor. Ich schieße. Scheiße. Genau. Geht mir an der Tone. Mhm. ich liege okay ich komme ich habe mich natürlich nur töten lassen damit ich jetzt in die schiffstüte noch mal greifen kann man kann es auch im koffer hinwerfen wo bist du hier komm ich bin geil in deckung hast du ja danke super pass auf pass auf das ist gelber zwei gelbe so können sie ihre sicherheit garantieren der eine ist schon mal tot gut ich muss jetzt mal eben bisschen was einsammeln ja bei mir ist irgendwie gar nichts gedroppt ja doch bei mir sind ein paar sachen gedroppt auch vor dem anmarsch deckung suchen und eingraben von hinten kommen wir halten können verstanden einheit alpha über die rampe wir brauchen sie dort auf der platzform bewegung ich habe noch ein kleiner Oh, noch ein Gelber. Alter. Oh, Pax, bin tot. Nein. Das ist meine neue Fertigkeit. Pax, bin tot. Aber es hat geklappt, ne, mit dem Wiederbeleben aus der Ferne. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich bin aber gleich, glaube ich, ziemlich ab... Fuck, ich bin auch tot. Alter, wie viele kommen denn da? Ja, fuck, fuck, fuck. Boah. Die JTFs, die beleben einen nicht wieder, ne? Nee, nee. Die tun gar nichts, die feigen Schweine, ey. Scheiße. Ich krabbel mal zu einem hin, mal gucken. Oh, nee, kannst vergessen. Ja, scheiße. Die machen nix. Kacke, dabei liefst du gut. Mann. Ja, aber da kamen Hammerfiedel noch. Ja, ich bin ja nur zurückgelaufen, ey, Alter. Captain Foley. Okay. Ich sehe zwei gelbe und noch ein lila. Und wir haben ja schon drei lila getötet. Also, das ist schon hart, ey. Okay. Boah, Grand Central Station. Mann. Alter, ja, okay. Wir sind ja jetzt hier am letzten, ähm, Dingsbumspunkt. An alle Verstärkung des LMB sind zu Ihnen unterwegs. Beziehen Sie abwärtschern und graben Sie sich ein. Ich bete für Sie. Achtung, Feinde im Anmarsch. Deckung suchen und eingraben. Nur einnehmen, was wir auch halten können. Verstanden? Einheit Alpha über die Rampe. Die Rampen sind in Bordung. Bewegung! Ich wiederhole. Sie stehen unter den Stufen des Last Man Battalion. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ach, Schatz, pass auf. Du bist nicht. Ich bin ja. 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 Nein, 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 nein. Was macht denn der JTF jetzt hier? Der stellt sich mir voll in den Weg. Fuck. Ich bin tot. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich komme. Da ist aber direkt ein Gelber vor mir, ne? Oh, fuck. Scheiße. Ich hab den anderen Gelben aber noch gekriegt. Der JTF hat sich mir in den Weg gestellt. Alter, das gibt's nicht, ey. Oh. Das kriegen wir aber hin. Ja. Das kriegen wir hin. Wo ist denn mein Ding noch da? Ne, ne? Oh, okay. Ne. Okay, ne, war nicht mehr da. Das kriegen wir aber hin, auf jeden Fall. Wenn wir wissen, wo die herkommen und so weiter, dann kriegen wir das hin. Die rücken relativ schnell vor. Ich glaub, wir müssen uns dann irgendwann noch weiter zurückziehen. Oh, das Wetter wird ja immer schlechter hier pro Sekunde. Jetzt sind natürlich alle meine Grammaten weg, ne? Feinde im Anmarsch. Deckung suchen und eingraben. Nur einnehmen, was wir auch halten können. Verstanden. Ich seh einfach gar nichts, ey. Der Lilano ist weg. Die alle schreien, wenn die mein Geschütz trifft, ey. Der andere Lilano ist auch weg. Yay. Okay, dann kommt jetzt noch ein Lilano. Ist auch weg. Perfekt. Jetzt kommen die Gelben. Ich zieh mich mal weiter zurück. Lauf, lauf. Fuck, 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 fuck. Ach, Mist. Haben sie mich in den letzten Sekunden noch gekriegt? Scheiße. Ich wollte noch mal auf Auto springen und dann hatten sie mich. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Ich wollte eigentlich außen rum. Oh nein, ich bin total falsch gelaufen, Hübchen. Warte mal, wenn mein Tee gleich voll ist, kann ich die weiterbeleben, ohne bei dir zu sein. Lebst du noch? Ja, ich bin noch da. Noch bin ich da. Captain Foley steht vor mir. Jetzt geht der hoch irgendwie so. Komm, mach voll da jetzt. Mach schnell, mach schnell. Super, danke. Ich seh einfach gar nichts, ey. Oh, fuck, ich bin's wieder tot. Aber ich hab ihn jetzt zumindest runter. Ah, mach ihn tot, mach ihn tot. Mach ihn tot. Ja, bitte, 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 bitte. Such am ihn, mach ihn tot. Ich seh hier so episch auf dem Boden rum. Jetzt hängt der da oben rum. Alter. Ich seh einfach überhaupt nicht, wo ich hinschieße. Das ist das Geilste an der Sache. Oh, der ist tot. Einer ist tot, ja. Captain Foley ist tot. Hm, da ist aber noch ein Gelber. Yeah. Juhu. Ich bin hier auch tot. Ja, ich komme. Boah, alter Schwede. Leck mich am Arsch. Ich brauch nie die Kitz, Mann. Alter, da ist was hier damit. Geil. Geil. Holy shit, Wel- Was? Einführung Weltstufenrang. Ja, wir haben jetzt Weltstufenrang 2. Nice. Stufe 30 erreicht. Geil. Das ist super. Hä, ich hab mit 28 angefangen. Wie kann ich denn jetzt eineinhalb Stufen, in eineinhalb Stunden Aufnahmesession gemacht haben? Ich hab 29 jetzt. Ja, vielleicht, weil du jetzt halt hier super viele Gegner noch irgendwie geschüsselt hast, ne? Höh, krass. Jetzt kann ich den ganzen gelben Scheiß benutzen. Yes. Das ist richtig cool. Oh, da muss ich mich gleich ja bei einer Aufnahmepause mal... Boah, mit dem gelben Zeug kenn ich mich noch gar nicht aus. Ich glaub, da brauch ich mal eine Nachhilfesession von Onkel. Wieso? Kannst du doch, äh, gucken, was du davon kriegst. Ja, nee. Ich hab, ähm... Hey, wir haben noch eine LB-Bastarde, wie die LB-Bastarde vorgehen. Ist nicht schön. Ah, okay. Aber gut zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Da kommt's dann auf so, so, äh, Kleinigkeiten an, die du unterschwellig irgendwie... Weiß ich auch noch nicht. Ich hab's noch nicht... Ich guck's mir gleich mal an. Nice! Cool. Herzlichen Glückstrom. Dankeschön. Aber du musst doch auch schon weiter bei neun... Wo bist du jetzt bei neunundzwanzig? Neunundzwanzig und halb bin ich jetzt. Ich glaub, einmal noch so ein Einsatz und dann... Ja, ja, bin ich auch dabei. Krass. Warte mal, ich guck mal gerade hier, was hier so ist. Hammer. Äh. Ich steh hier vor irgendwas, was ich einsammeln kann, aber ich seh's nicht. Warte mal, ich guck mal eben kurz auf die Karte. Warte, wo sind wir denn jetzt? Da hinten. Wir können theoretisch eigentlich auch zu, ähm... Zu The Firewall gehen. Einmal im oberen Bereich jetzt. In diesem Bereich, aber oben. Ne, genau, The Firewall im nächsten Bereich, über uns. Ähm, wir können aber auch nochmal ganz kurz hier diese Geißelrettung machen. Wo ist die denn? Geißel, Geißelrettung. Wahrscheinlich, ich hab die mal markiert, wahrscheinlich hast du die schon gemacht. Ja. Dann machen wir die einfach noch. Ja. Okay, mach mal dat. Hammergeiler Scheiß, ey. Ne, cool, herzlichen Glückwunsch. 30, geil. Ich bin dir auf dem Fersen, Mausi. Ja. Ja, du hast recht, vielleicht weil dir jetzt echt noch die zwei... Wir sind nach... Oh. Oh, holy shit, aber überall. Oh, wow. Okay. Mama mia. Da hinten sind auch mal welche. Aber wenn ich mal treffen würde, wäre es gut. Okay. Okay, alles klar. Gut. Ich hab jetzt hier auch noch ein paar umgenietet. Ist gar nicht mal so üppel. Aber hab jetzt nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal zur Geißelrettung. Zur Jeißelrettung. Jeißelrettung. Rettung. Rettung wir die Jeißel. Ich würde dir gerne helfen. Oh Gott, ey. Ich bin hier fest. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Feindpräsenz entdeckt. Hier hinten kommen sie rum. Die Kacker. Wir tun dir nichts. Wir tun dir nichts, hat der jetzt gesagt. Das ist ja geil. Ja, ich glaube, ja. Ist klar, mein Freund. Jawohl. Ich glaube, hier ist noch einer drin, aber... Ne. Ah, da. Da hinten ist einer drin. Was zur Hölle? Ich bin hier seit Stunden eingespart. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Okay. Oh, das kommt noch ein gelber. Ich bin hier. Okay. Der gelber war hinüber. Jawohl. Ah, nach Schlüssel suchen. Ja, ja, jetzt haben wir hier den Dingsbums-Schlüssel. Das ist immer so ein gelbes Zeichen. Warte mal. Ich glaube, das ist hier oben. Gehen wir ihm hoch. Ja. Ja. Ja, wir kommen, wir kommen. Habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Sehr gut. Jo. I have the... I have the Schlüssel. Ich glaube, ich kann die jetzt auch noch... Ja. Sehr gut. Wir sind in Sicherheit. Oh, geil. Endlich. Oh, vielen Dank. Cool. Und dann... Lass mich doch mal eben rein. Lass mich doch mal eben rein. Mann, Junge, lass mich rein jetzt. Oh, komm, ich lasse dich erst mal raus. Boah. Unglaublich, ey. Hier ist aber gar nichts drin. What? Alter, hier ist gar nichts drin. Ich hätte uns ja mal wenigstens was basteln können aus den Klamotten hier. Sonst war nämlich immer was hier drin. Aber hier sind noch Stofftaschen, ne? Ja, das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ich glaube, es sind mehrere, ja. Ja. Drei Stück? Wie immer. Obwohl, ich habe auch schon in manchen Dingern nur zwei gefunden. Ja. Ging dir das auch so oder hast du immer nur drei gefunden? Manchmal auch zwei. Oh ja. Freund oder Feind, oder was? Okay, wir sind einfach schnell mit fertig. Perfekt. Perfekt. Aber der zeigt mir immer noch Stoff an. Aber das kann doch nicht sein. Ich habe drei Dinger eingesammelt. Hier, wir sind da hinten. Hä? Egal. Echt jetzt? Mhm. Wir haben 22 Minuten voll. Sollen wir mal eben in ein Safehouse gehen, damit wir mal... Ja, lass uns noch schnell hier die Jungs mitnehmen, die hier hinten sind. Ah, yes. Ich fände es schön, wenn wir die nochmal eben kurz zerbomben könnten. Jawohl. Perfekt. Genau, dann gehen wir nämlich jetzt mal in ein Safehouse. Äh, was haben wir denn für eins hier in der Nähe? Gehen wir direkt hier drunter, oder? Ähm, The Grindhouse. Ja. Warte. Super. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Perfekt. Dann laufen wir da mal hin. Das ist doch super. Perfekt. Ich glaube, ich bin hier voll den Umweg gelaufen gerade. Was ist das denn jetzt? Ach, du bist da schnell hingereist. Ach, ich laufe da gerade hin. Ah, okay. Ich laufe. Das ist ein Sturmgewehr. Das hätte ich natürlich auch machen können, aber. Ich kann das alles verkaufen. Was ist das hier? Ja, dann machen wir hier mal einen Cut, würde ich sagen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Jo. Auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, ich habe eine liederne Pistole gefunden. Die ist allerdings mehr Kackes als meine, aber egal. Äh, genau. Gucken wir uns in der nächsten Folge einfach mal an, wo ist die Queenie denn jetzt? Queenie? Ja, ich bin drin. Wo bist du? Ich bin drin. Im vorderen Teil. Ich bin drin, ja. Telekom, oder was? Also. Okay. Gut. Also. Hello. Hello. Jawohl, super. Queenie ist 30, ich bin 29,5. Ähm, ja. Ne? Wir gucken mal, wie wir das hier hinkriegen jetzt. Wir haben noch ein paar Missionen. Wir haben noch eine, ähm, Mission oder ein, ein Gebiet über uns, was wir freischalten müssen. Das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge mal tun. Wir haben jetzt die Hauptsachen hier gemacht. Und es lief erstaunlich viel besser, als wir dachten. Mhm. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir den geileren Schüssel jetzt haben. Also, bis dahin, meine Lieben. Ich sag tschüss. Queenie, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Bis dann. Ciao. Aloha. Dankeschön fürs Zugucken, ihr Lieben. Vielen Dank. Aus моя K feeling. Danke. Ich sag dir, es würde Ihnen noch einmal wissen, was esstreit peeken. Herr Advatsch. Ärger. Also, basiert mich vor dir. lindo!